Morgen können Sie das Freiburg setzen, hier und ich hoffe, wir haben wieder ein paar Neustellungen. Vielen Dank. Jetzt auf der Startbahn, jeden Moment in der Luft, die Mi 262. Und das Programm war 1993 mit dem Projekt Nachbau von der Messerschmitt-Stiftung, mit freundlicher Unterstützung der Airbus-Gruppe. Und das Programm ist, dass wir die Einfluss-Gruppe haben. Vielen Dank für die Einfluss-Gruppe, für die Einfluss-Gruppe zu halten. Ein zwei-Seite Einfluss-Gruppe zu den US-Gruppen-Gruppen-Gruppen, ist in der Umgebung von 2.0. In den letzten Jahren der Arbeit fanden wir im Dezember 2002 sehr gut mit Herzen anbauen. Ein kleiner Verbrauch von einem technisch bedingten schweren Waffeunfall mit schweren Schäden an der ersten Maschine. Die Mi 262 hat eine Länge von 10,60 Meter, bei einer Spannweite von 12,56 Meter, eine Höhe von 3,80 Meter und ein maximales Startgewicht vollziert nach 5.500 Kilogramm. Und wir bleiben in der Vergangenheit, in der Luftfahrtgeschichte. Wir bleiben bei Julie Messerschmidt von der Messerschmidt Stiftung. Und wir bewegen uns ungefähr ein Jahrzehnt von vorne. Und wir werden noch ein Jahrzehnt von der Messerschmidt Stiftung. Und wir werden noch ein Jahrzehnt von der Messerschmidt Stiftung.